Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich weiß es nicht, vielleicht das Video heute ist ein bisschen anders. Ich möchte aber das Video nicht auf zweimal machen. Ich möchte das Video nicht einmal auf Arabisch oder nochmal auf Deutsch machen, wie immer. Aber ich mache das Video heute auf Deutsch und ich versuche das für meine arabischen Follower zu übersetzen. Und ich habe die ganze Zeit gearbeitet, um etwas zu geben, was ich damals nicht gefunden habe. Damals, als ich in Syrien war, habe ich versucht, immer nach Seminaren zu suchen, nach neuen Infos zu bekommen. Alles versucht, um etwas Neues in Karate zu lernen. Deswegen viele Leute, die bei mir sind oder sie gucken meine Videos oder so sind, sie beherrschen die arabische Sprache. Anfang 2020 hat mir die Freunde und viele hier in meiner Umgebung, die deutschen Freunde oder die Leute, die kein Arabisch verstehen, aber können wir uns mit Deutsch kommunizieren. Sie haben mir gesagt, mach das auf Deutsch, wir wollen dich auch mal gucken, wir sollen deine Videos auch mal verstehen. Meine Schüler vielleicht auch in meinem Verein, sie haben das auch von mir gewünscht. Und dann habe ich auch extra gemacht. Ich mag aber keine Untertitel. Also, wenn ich ein Video sehen möchte, ich möchte nicht nur da unten gucken und dann lesen, um zu wissen, um was das Video geht. Sondern möchte ich, dass die Leute mich sehen, meine Ideen präsentieren und meine Meinung auch zu präsentieren. Das war, was ich machen möchte. Irgendwann habe ich das gemerkt, das war auch ein bisschen Belastung für mich, dass ich das gleiche Video so mal auf Arabisch, mal auf Deutsch zu drehen. Das braucht zu viel Arbeit, zu viel Energie. Und dann kommt einer und sagt, ey, du machst so viele Werbungen drin. Das kostet zu viel Zeit. Das kostet zu viel Zeit, zu viel Energie, zu viel Arbeit. Und das lohnt sich nicht am Ende. Deswegen, ich möchte die Zeit ein bisschen sparen. Ich brauche erst mal Pause, vielleicht für mich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man mich kaum. Man sieht nur, ja, jemand, der Karate macht. Manche finden das gut, manche finden das nicht. Aber ich sage das in kurz. Ich bin Wael-Chub, ich komme aus Syrien, ich wohne in Deutschland und ich bereite mich für die Olympischen Spiele. Ich war auf der Deutschen Meisterschaft dabei. Mehrere Weltmeisterschaften auch war dabei. Also, ich habe Erfahrung im Karate. Manche sehen das zu viel, manche sehen das ein bisschen wenig. Ich bin damit zufrieden und jeder möchte sein Niveau besser zu machen. Und das ist auch mein Wunsch, dass ich mein Niveau auch verbessern und weiter trainieren. Deswegen, ich brauche vielleicht eine Pause auf meinem Kanal hier. Das ist einfach, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, um alles zu organisieren, weil das Leben geht einfach weiter. Ein paar Monate später, dann haben wir die Olympischen Spiele und danach habe ich ein neues Leben. Und dann soll ich daran arbeiten und daran was aufbauen und so weiter. Ich möchte nicht bis zum Punkt kommen und dann habe ich nichts in der Hand. Ich möchte ab jetzt was vorbereiten, was aufbauen, dass ich in diesem Bereich weiter arbeiten kann. Das war mein Hobby, jetzt ist mein Job, jetzt ist meine Arbeit. Ich verdiene damit Geld und dann ich versuche, meine Situation auch zu verbessern. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja, ich kann nicht so perfekt Deutsch, aber ich gebe meine Bestes. Ich habe in kurzer Zeit dieses Niveau geschafft und dann ich versuche natürlich, meine Sprache zu verbessern auch. Was ich sagen möchte, die nächsten Tage kommen leider keine Videos von mir raus. Es gab natürlich was auf diesem Kanal, auch auf meinem Gaming-Kanal, kommen bald raus. Vielleicht mache ich ein bisschen Werbung, vielleicht mal ein bisschen so. Ich bin aktiv, ich bleibe aktiv. Für die kurze Zeit mache ich leider keine Videos mehr. Und dann alle Videos, was danach kommen, kommen nur auf Deutsch. Ich hoffe, dass ihr auch einverstanden seid. Und dann, wenn ihr was nicht gut sieht, bitte korrigiere mich. Gerne die Kommentare, privat auch schreiben von mir aus. Für die arabischen Freunde oder für die Leute, die nur Arabisch verstehen, Ich mache dazu auch Untertitel mit perfekter Übersetzung, nicht nur die automatische Übersetzung. Ich habe versucht mit der automatischen Übersetzung, hat das leider nicht geklappt. Also kann man damit die Idee verstehen, aber nicht deutlich. Und dann, ich möchte vielleicht ein bisschen Zeit damit investieren, dass die Leute auch so ein bisschen was verstehen. Und am Ende möchte ich eine Sache sagen. Ich arbeite daran, um ein neues Programm zu entwickeln. Alles, was ich gelernt habe, überall. Ich war überall, fast überall Seminare gemacht, trainiert, mittrainiert. Und dann alles, was ich von Erfahrung gesammelt habe, möchte ich das als Programm erstellen. Und dann, wenn jemand Interesse an Karate hat oder an Fitness. Weil ich hier in Deutschland auch meine Ausbildung gemacht habe als Sport- und Fitnesskaufmann. Das habe ich auch von davon natürlich Erfahrung, weil das gehört meiner Sportart natürlich. Wenn jemand Interesse daran hat, sein Fitnesslevel und sein Karatelevel zu verbessern, kann jeder mich erreichen. Alle Wege sind in der Beschreibung. Kann man mir direkt anschreiben. Facebook, Instagram, WhatsApp. Also man hat alle Möglichkeiten, mir zu schreiben. Macht ihr das gerne. Und alle Videos, die auf meinem Kanal sind, sind natürlich kostenlos. Kann man die Videos natürlich mehrmals anschauen und dann auch gucken. Die Videos bleiben so mit der Zeit. Vielleicht mache ich noch weiter. Aber jetzt brauche ich die Pause, wie ich gesagt habe. Wenn jemand privat bei mir trainieren möchte, einfach mir anschreiben. Ich freue mich darauf. Ich warte auf euch. Und bis irgendwann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. 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 Vielen Dank.